So, rechtzeitig, kurz vorm Anpfiff, beide Mannschaften laufen ein. Mittlerweile auch an meiner Seite ein neuer Gast, Raphael Nils. Servus. Servus, hi. Freut mich, dass du da bist. Extra eingeflogen. Den kriegt er nicht geklärt. Chance für Nieren natürlich. Sucht er den Abschluss. Und das 2 zu 0. Jetzt haben wir da hingestellt, was rauskommt. Ja, ja, das ist legitim. Das kenne ich selber. Wir haben letzte Saison mit dem SV Hürdingen auch nicht wirklich viele Tore erfolgreich nach Standards erzielt. Und ein starker Ball in den Rücken. Nochmal einen Haken. Noch einen. Und ins lange. 3 zu 0. Ja, lässt er schön. Macht er super. Hat man unter dem Freddy viel Fitnesstraining? Er selber war ja jahrelang ein Monster. Ja, ich würde sagen, ist er immer noch. Boah, guter Ball und... Und doch reicht er da. Ah, unglücklich für den Torwart. Und Marco, du darfst das gerne anders sehen. Aber so langsam täte ich der den so einen kleinen Treffer gönnen. Ja, das sind schon... Ich darf dir natürlich nicht zustimmen, aber... Selbstverständlich. Im Gegensatzu Wahnsinnspass. Wer weiß. Erster Kontakt, zweiter Haken. Auge für den Mitspieler. 0 zu 5. Sauber zu Ende gespielt. Super durchgesetzt. Da ist der Kontakt und er kriegt den Strafstoß. Ja, der Mille schießt. Moin, schießt er den? Das ist ein Mille-Kent rüber. Ja, schön rechts oben. Ah, Torwart hat's Eck. Aber schön platziert, stark. Nehren haben wir jetzt genug gehört. Ich mag einen anderen Kopf. Oh, Wahnsinn! 1 zu 0. Patzer vom Torwart. Weich, genau. Nochmal hinten rum. Und das ist die Möglichkeit fürs 2 zu 0. Und das Ding sitzt. Ja, es macht er. Ah, stark gespielt. Ja. Ja, das ist gut gespielt. Bleib im Tempo. Ja, macht er super. Jetzt noch mal die Möglichkeit für Bullshausen. Hereingabe fürs Erste geklärt. Und was für ein Ding. Und was für ein schöner Spiel. Da hast du es, Wolfgang. Toll gemacht. Dusling bisher eher darauf aus, zu reagieren. Ja. Auf den richtigen, auf den Fehler zu warten. Ja. Gefährlich. Und der flutscht durch. Stark vom Torwart. Tor. Im Nachsetzen. 1 zu 0. Messing-Belsen. Möglichkei-Messing-Belsen. Und das ist ein Foulspiel. Das ist ein ganz klares Foulspiel. Zeigt auf den Punkt. War ein klares Foul, finde ich. Also guter, langer Ball, der ein bisschen durchkommt. Jetzt der Strafstoß. Und 2 zu 0. Und das ist ein guter Ball. Kriegt er den? Geht vorbei, zieht in den 16er. Sieht seinen Mitspieler Chance aus 3 zu 0. Ja. Ja, und da ist das Ding drin. Super gespielt. Ausgangspunkt der Diagonalball. Oh, das ist eine gefährliche Aktion. Möglichkeit zum Anschluss. Und die Möglichkeit wird genutzt. Dusling ist wieder da. Ja, und die Nummer 8 von Messing, der braucht mal ein bisschen Entlastung. Ja, da war jetzt ein bisschen arg viel unter Druck. Ja. Der pumpt auch schon wie ein Maikäfer. Möglichkeit wieder. Dusling steht sich selber im Weg. Und da ist das Ding drin. 4 zu 1. Der ist gut. Torwart nicht dabei. Und das 5 zu 1. Und ich glaube, so können wir auch sauber abschließen. Hat viel Spaß gemacht. Seid ruhig die ganze Woche noch dabei. Liebe Grüße in den Chat. Und an alle anderen wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Danke euch auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.